Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. So, wir wollten angeln gehen anscheinend, sollen uns aber gleichzeitig auch am See, sagt die liebe Delilah, uns am See nach einem Bären umsehen. Da ist wohl ein Problembär, der da wohl wütet. Wir sollen halt nach Spuren suchen oder halt gucken, ob wir welche finden, ob wir irgendetwas mitkriegen, etwas sehen. Ja. Bis jetzt sehe ich nichts. Oh, was ist das denn? Ich kann das Klimpert gerade gar nicht nehmen. What the... Uh, it's... Holy shit. What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. Uh, I don't talk to the other Lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on, something's out here. Henry? I'm worried. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. So that's good. Regardless, just let me know. Okay, Buckaroo? Oh, God. I don't know why I just called you that. I found a walkie-talkie out here, too. Uh, okay. It's going shit house. We'll get it, if you haven't already, and then we'll figure out whose it is. Will do. Henry? Are you there? What happened, Henry? I... Holy hell, I just... I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with... What? Transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone. Along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I... 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 I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold-cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Uh... Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's... It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. Yes? I'll... I'll start hiking that way now. God. Damn it. My head. Are you... Are you sure you saw what... What you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Look, I know what I saw. Hey, it was our words with initials for our names, H and D, clear as day. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay. Okay. Okay, I'm sorry. I believe you, but that conversation was from two weeks ago. I know they were. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from three, four, or five weeks ago? Our entire relationship. Friendship. Our... Our whole summer. Someone is out here with the walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. What do you think is going on behind that fence? Apparently a lot of following you around, taking notes, which is un-fucking-believable, Henry. You're telling me. Alright, I'm on my way to Wapiti Meadow. I'll let you know what I find. Okay. There's got to be a reasonable explanation. Also, I'm gonna call around and see if anyone's had anything weird happen to them or seemed spooked. I don't want to make this bigger than it is yet, you know? Yeah, understood. Yeah, okay. Hike safe. Ja, ich hoffe, dass es da eine Erklärung gibt, ey. Schön fand ich nämlich die ganze Sache jetzt gerade nicht, ey. Ich hab mich total erschrocken. Und ich wusste die ganze... Ich hatte doch die ganze Zeit das Gefühl, dass uns jemand beobachtet, ey. Ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl. Ich bin mal gespannt. Kann ja wohlstens dieser Dave und so sein, ne? Wie hier irgendeine Scheiße bauen. Wie ist der Zorn? Is someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. Well, see what you can do to get past it. Und was sind die Wahrheit, dass sie die Gate unlockt hat? Sehr low, ich denke. Okay, um, ich gebe es einen guten College-Try. No Dice. Ah, shit. Ich weiß nicht, wie lange ich hier entdecken kann, bis jemand bemerkt. Gott, wenn du wirklich ein Führerfahrer warst, hast du das Gate in zwei Schenken. Hey, actually, those guys doing the controlled burn. They might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys, who would help you get through that fence. Okay, wo muss ich hin? Ach, weiter da rüber. Hier komme ich ja gar nicht weiter, ne? Hupsala nein. Okay, dann muss ich jetzt hier erstmal wieder weg. Ach so, ganz weg. Jetzt bin ich mit mir verlaufen wieder. So. Das war ein kontrollierter Brand. Ja, ja. Gut, das ist zu wissen. Mal wieder hochklettern. Ich weiß nicht, in dieser ganzen Situation hätte ich totalen Schiss. Ja, also da so weit ab vom Schoß und, ähm, ja, ist nicht dann da das mit dem Feuer und da so nur so oben so ein kleiner Wachturm und all sowas. Also ich hätte da schon ziemliche Angst drinnen. So, ich müsste eigentlich richtig, ich müsste richtig laufen, oder? Ja gut, ich gehe ja jetzt hier so hoch, Typ, hier. Da war ja sonst leider kein Eindringen. Ähm, wieso fängt hier andauernd eigentlich immer die Musik an? Ich finde jetzt, gut, ich finde jetzt diese Stelle hier nicht gerade besonders schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, also da gibt es schon schönere Stellen in dem Spiel. Aber naja, da oben ist unser, ist das da unser Turm, ist unser Turm. Da konnte ich gar keinen Fisch fangen. Was natürlich, man kann es jetzt blöd... Hey. Hey, ich hab' mitgebracht. Things seem normal with everyone else. Has anything strange been happening on your end? No, nothing really. Nothing really, or nothing? Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. That doesn't sound like nothing. It's nothing, I promise. Alright, I'm headed toward the camp anyway. Okay, keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground. Kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, uh... I don't know. What? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry... It's just a thought. I-I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No. I'm not, okay? Let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Pff. Oh. Oh. Oh... Oh. Oh, my God. Oh... Oh. 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 Oh, fucka. Oh. Ah. Okay. Oh. Oh oh, oh. Jetzt würde ich gerne wieder nach Hause, wenn das geht. Da, hört ihr das? Das bin nicht ich, da ist irgendjemand hinter uns her. Könnte ich vorstellen, dass das Tiere sind. So, einmal runter bitte, wenn es geht, Dankeschön. Mal gucken, weiter geradeaus hoch, nein, ich will nicht hier ein Foto machen. Ja, was ich gerade sagen wollte. Also man kann es ja blöd sehen oder auch gut sehen, dass man hier zum Beispiel keine Schnellreiseoption hat. Ich muss hier hoch. Da oben hängt ein Seil. Und da hängt ein, da hatte ich ein Seil. Aber das ist anscheinend scheißegal, weil das kann ich nämlich nicht irgendwie durchgeben oder so. So, bin ich denn jetzt gleich da? Da hinten ist wieder diese Station mit dem Essen. Ich bin fast da. Immer macht er die Kamera raus. Ja, ich bin da. Noch ein bisschen weiter gehen. Ähm. Ich bin da, aber hier ist keiner. Da muss ich vielleicht höher. Ja. Ich bin doch schon längst da. Zapli drop. Ach. Untersuche den Brand da. Den kontrollierten Brand. Der war ja nicht hier oben da, der war da unten. Aber man kann ihn wahrscheinlich von da aus sehen. Oder? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier hin soll, jetzt mal ohne Scheiß. So, hier kann ich nirgendwo runter. So, ich bin genau da. Eigentlich nicht. Ich gehe jetzt nochmal ein tiefer. Um zu gucken, ob ich vielleicht runter muss. Vielleicht hätte ich gar nicht hochgemusst. Dann einfach nur runter. Aber da hinten ging es auf jeden Fall zu Delilah. Ja. Aber wie soll ich denn da runter kommen? Ich verstehe. Ich verstehe es gerade nicht. Warte. Lass. Das ist. Ich suche den kontrollierten Brand südlich des Ruby Rivers. wenn ich da jetzt südlich muss ich vielleicht rüber so die leider muss ich muss ich vielleicht rüber kann das sein weil ich komme hier ja nirgendwo runter und wenn ich da jetzt ich komme da ja auch nirgendwo hin es gibt ja eigentlich gar nicht so viele möglichkeiten durch halt hier noch mal alles bereit kommt jetzt mich jetzt hier noch mal um nein hier ist auf definitiv nichts hey i'm out of the ravine what's this thing that spans across it that is how you get to my sector it's locked up and only used by rangers it's mainly an emergency measure it's ridiculously unsafe but better than one of us getting trapped by a fire and if we ever have to be evacuated by a chopper it means lookouts can just meet here well maybe i should come over there given what's going on the car is really only for emergencies okay dann hatte ich hatte ich mich wohl geirrt dann muss ich wohl doch nach unten die wir den ganzen weg nach unten aber ich wüsste nicht wo ich da hätte nach links gehen können und den ganzen weg kann ich ja schlicht falsch gelaufen sein hm na geht doch ich kann mir schon vorstellen dass man so ich kenne mich da zwar nicht mit aus aber dass man so ein funkspruch abhören kann oder so was so kann ich mir schon vorstellen ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen ja woher ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen ja ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich war ja ganz oben. Ganz oben war nichts. Da war auch kein Brand. So, es gibt dann nur noch hier. Und hier kann ich überall nicht runter. Das kann da ja nur richtig gewesen sein. Boah, da ist der andere Zaun. Genau, das ist ja eingezäunt. Es geht nur da. Es gibt nur diese Möglichkeit. Okay. Es geht nur da. Es gibt nur wirklich diese Möglichkeit, ansonsten gibt es hier so nichts. Ich glaube nicht, dass ich da runter kann, um dann da hinzugehen. Das ist ja alles eigentlich schon total hier so gesperrt. Und dann, woher geht es? Das ist ja auch wichtig. 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 Ich kann da, ich kann auch gar nicht runterfallen oder so, also, das ist auch gar nicht möglich. Oh... Ich muss doch jetzt nicht wieder zu meinem Turm, oder? Ich soll da hin, oder, oder, oder nicht? Warte mal... Oder nicht? Scout Camp... Ähm... Suche den kontrollierten Brand südlich des Ruby River. Muss ich vielleicht doch nicht hier hin, muss ich vielleicht einfach nur zurück zu meinem Wachtturm? Hm... Na gut Leute, ich muss eh Schluss machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. So...